Musik So, hallo, ich grüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, mein Name ist Christoph, ich bin Pastor hier in der Ansgar Kirche Hamburg Mitte, seit anderthalb Jahren ungefähr. Ich bin mit meiner Frau und vier Töchtern hier nach Hamburg gezogen. Und uns gefällt es hier. Heute darf ich zu euch reden über den Advent. Advent ist ja lateinische Sprache und heißt, das Kommen, Jesus kommt. Ja, er ist gekommen in der Vergangenheit und er kommt in der Zukunft. Und gleichzeitig ist er auch hier. Und Advent ist eine Zeit der Vorfreude. Der Freude auf die Freude. Ja, das ist diese deutsche Sprache, Vorfreude ist die schönste Freude. Also wenn ein Kind sich auf Weihnachten freut, ist es unter Umständen noch schöner, diese Freude, als die Freude an Weihnachten. Aber das ist nicht immer so und auch geistlich stimmt das nicht ganz. Ich lese den Text aus Epheserbrief 1, Vers 13 und 14. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Zuerst heißt es im Text, ihr habt die Botschaft im Glauben angenommen. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. An Weihnachten machen wir Geschenke. Die Kinder freuen sich schon. Die Geschäfte auch. Vielleicht freuen wir uns auch. Diese Idee kommt daher, dass wir zuerst von Gott beschenkt worden sind. Und deshalb geben wir auch etwas weiter. Wir lassen weiter fließen, was Gott uns geschenkt hat. In Johannes heißt es, die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist das Geschenk, ein Recht, Gottes Kind zu sein. Alles möglich geworden durch Jesus Christus. Wann hast du dieses Geschenk angenommen? Was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Ich war da 19 Jahre alt. Ich war vorher Christen gegenüber sehr kritisch. Aber einige christliche Freunde haben mich sehr neugierig gemacht. Ich merkte, die waren anders wie die anderen Leute. Die Themen, die sie besprachen waren, waren sehr viel tiefer wie sonst meine Freunde. Die wollten nur feiern, meine anderen Freunde. Und ich habe tatsächlich angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich war total fasziniert von Jesus. Er war so anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte, obwohl ich aus einer christlichen Familie komme. Ich hatte trotzdem ganz wenig Ahnung. Ich war nicht oft im Kindergottesdienst, weil es keinen gab in der Gemeinde, wo ich war. Ich fand alles langweilig und als Kind hatte ich schon entschieden, das ist nichts für mich. Aber mein Leben war so sinnlos und leer geworden. Dass ich tatsächlich wieder angefangen habe, in der Bibel zu lesen und in eine Gemeinde zu gehen. Aus Verzweiflung. Weil mir nichts besseres eingefallen ist. Aber dann irgendwann kam der Punkt, wo ich diesen Jesus annehmen musste. Ich merkte, ich kann nicht nur von Jesus fasziniert sein, ich muss ihn annehmen. Und davon redet Paulus hier, ihr sagt, ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Und daraufhin habt ihr als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen. Zwei Bilder werden hier für den Heiligen Geist genannt, im Text. Das erste ist das des Siegels. Ihr habt Christus angenommen, er hat euch den Heiligen Geist gegeben und damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Als eine Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Das ist eine ganz alte Brauch, dass man einen Siegel hat, was nicht leicht zu fälschen ist. Und ein Eigentümer kann zum Beispiel ein Dokument oder einer Wertsache sein Siegel aufdrücken. Du hast zum Beispiel ein wichtiges Dokument. Du hast es in eine kleine Schachtel, machst es zu und mit Wachs machst du das Siegel drauf. Und jeder kann sehen, aha, das ist das Eigentum von demjenigen. Und jeder, der sich den Heiligen Geist betrifft, sagt, aha, das ist das Eigentum von dem Heiligen Geist. Das ist mit dem Heiligen Geist, macht Gott uns deutlich, dass wir sein Eigentum sind. Wir gehören ihm. Wir sind versiegelt. Und es darf sich jeder persönlich sagen, ich bin Gottes Eigentum. Er hat sein Siegel aufgedrückt. Es ist unsere Verantwortung, das anzunehmen, aber Gott macht die Versiegelung. Wenn du zweifelst, kannst du immer sagen, doch, ich bin versiegelt worden. Gott wollte mich haben. Das ist eine offizielle, amtliche Sache, ein Siegel. Man macht das auch, damit niemand sagen kann, ach, das stimmt vielleicht gar nicht oder das hat keinen Wert. Sondern es ist eine feste, offizielle Sache. Wir sind Gottes Eigentum. Das zweite Bild ist, dass eine Anzahlung. Das ist, wenn du einen Job hast und du brauchst Geld, aber dein Gehalt ist noch nicht da. Sagst du, oh, lieber Chef, kannst du mir von vorher ein bisschen was auszahlen? Ich will Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich weiß, eigentlich bekomme ich es erst am Monatsende, aber wenn ich das Geld nach Weihnachten bekomme, kann ich keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Kannst du mir jetzt schon was geben? Und es heißt hier, der Heilige Geist ist eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Das heißt, eigentlich ist das Gehalt noch nicht da, aber du hast jetzt schon etwas davon. Und hier sind wir mitten in dem Gedanken von Advent. Die Freude, die wir haben, das ist wie die Freude, wenn wir wissen, wir fahren demnächst in Urlaub. Du bist noch nicht im Urlaub. Und trotzdem freust du dich schon. Du schaust schon Bilder von der Gegend, wo du hinfährst und du freust dich schon. Das ist wie eine Schwangerschaft. Das Baby ist schon da. Aber irgendwie ist es auch noch nicht richtig da, weil es noch im Bauch ist. Ich war viermal schwanger, also meine Frau, aber ich auch. Meine Frau, ich habe mitgelitten und mich gefreut. Ich war auch ein bisschen schwanger. So, du legst so die Hand auf den Bauch und merkst, dass das Baby ist schon da. Das bewegt sich. Große Freude. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn das Baby dann tatsächlich kommt und auf der Welt ist und du es im Arm hältst. Und du siehst es und du hörst es. Das ist nochmal ganz anders. Aber trotzdem ist auch in der vorher schon Freude da. Das ist wie bei einer Verlobung. Du hast schon einen Partner. Also einen, ja, aber noch keinen Mann oder keine Frau. Das kommt erst mit der Hochzeit. Aber du freust dich schon an deinen Partner. Aber es ist noch nicht dasselbe, wie verheiratet zu sein. So, das erzeugt eine Spannung, diese Sachen. Also, Advent bedeutet, Jesus ist schon da, er ist gekommen. Aber gleichzeitig kommt er noch. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, erleben wir schon im Voraus von etwas viel Größerem, was noch kommt. Es ist schon wunderbar, was du jetzt erleben kannst. Aber das ist nur der erste Teil des Erbes. Das ist nur eine Vorfreude, ein Vorgeschmack von etwas viel Größerem, was noch kommt. Und die Bibel macht uns an vielen Stellen Mut, das, was wir jetzt schon haben in Jesus, auch einzusetzen. Ja, die Funde, das Geld, was wir nicht vergraben sollen, sondern vermehren sollen. Oder der Schatz im Acker, den wir kaufen, indem wir den ganzen Acker kaufen. Wir haben ihn noch gar nicht, aber wir kaufen den Acker, damit wir an den Schatz rankommen. Stell dir vor, ein Großvater gibt seinem Enkel Geld für Studium und um sich ein Auto zu kaufen 15.000 Euro. Was macht der Enkel? Er kauft sich einen Computer für 500 Euro und spielt den ganzen Tag Computer. Der Opa wird sagen, dafür habe ich dir das Geld nicht gegeben. Mach was mit dem Geld. Studiere jetzt, kaufe dir ein Auto. Deshalb ist es wichtig, das, was uns jetzt schon anvertraut ist, einzusetzen. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt schon haben. Nur drei, weil die mit Advent zu tun haben. Da ist zum einen die Freude. Jesus freute sich im Heiligen Geist. Manchmal wird Jesus, wenn er dargestellt wird, so ein bisschen traurig dargestellt oder so. Geist des Abwesens, so. Ja. Ernst. Ja, ernst, genau. Aber es wird gesagt, dass Jesus sich freute im Heiligen Geist. Und er sagt zu seinen Jüngern, damit meine Freude in euch bleibe. Das heißt, ein Teil dieser Anzahlung, die wir jetzt schon haben, ist die Freude von Jesus. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht essen und trinken, sondern gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht essen und trinken, sondern gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese Freude muss weiterfließen, die muss in die Gemeinde rein. Auch zu den Menschen, die im Moment keine Freude haben. Weil das Wetter schlecht ist, Corona. Hwa, Bade, Corona. Probleme. Muschglat. Ja, und wir können diese Freude von Jesus zu den Menschen fließen lassen. Dann das Licht. Überall machen wir Kerzen an und Lichter und Dekorationen. Und nur, allant ihr Advent, allgemein, dekor, nuran, nuran. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Licht und es ist keine Finsternis in ihm. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das Licht Gottes ist durch Jesus zu uns gekommen. Wir leuchten jetzt. Und darauf gründet sich diese Tradition, Lichter anzuzünden in einer dunklen Zeit. Und es gibt zu viel Dunkelheit in dieser Welt. Deshalb sagt die Bibel uns, leb in dem Licht. Zeig deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, dein Einsatz für Gerechtigkeit. Die dritte Segnung ist die Großzügigkeit. Wir sind beschenkt in Jesus. Wir schenken weiter. Wir hören bald die Weihnachtsgeschichte wieder. Und dann kommen diese drei heiligen Waisen. Bringen Geschenke für Maria und Josef. Das waren damals die teuersten Sachen, die man kaufen konnte. Gold ist klar, ist heute immer noch teuer. Weihrauch und Myrrhe, sehr auffindlich herzustellen, auch sehr teuer. Danach waren Maria und Josef reich. Vorher waren sie ein armes, junges Pärchen. Jetzt mit Baby und so. Aber dann waren sie reich. Inmitten einer Umgebung von Armut. Gott wollte zeigen, dass er etwas uns geben möchte, uns schenken möchte. Als Jesus dann am Kreuz gestorben ist. Heißt es, er zahlte das Lösegeld für unsere Schuld. Er zahlte das Lösegeld für unsere Schuld. Gottes Reichtum konnte diese große Schuld bezahlt werden, beglechen werden. Ja, bei wasethe von einem Purié-Khuda-Wand, mitoonsten, dass wir unsere Schulden verletzen können. Kein anderer kann so einen Preis bezahlen. Wir haben eine Anzahlung bekommen auf das Erbe. Aber das Erbe kommt noch. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Es heißt wörtlich so viel wie ein rechtmäßig zustehendes Erbe. Es geht um die vollständige Erlösung. Wenn wir neu eingekleidet werden, in 2. Korinther 5, wir sehen uns danach den himmlischen Körper anzuziehen, wie ein Kleid. Das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wir von den Toten aufstehen, wir bekommen einen neuen Körper. Ja, weil dieser hier, der wird immer älter und zerfällt irgendwann. Außer hier vom Pastoren-E-Party hier. Die halten sich noch ganz gut, aber der Rest von uns. Aber wir werden alle von Pastoren-E-Mahen und wir werden immer älter und zerfällt. Und wir haben diese beiden zusammengefasst. Eine gute Nachricht. Egal, wie du aussiehst, du bekommst einen neuen Körper. Amen. Und das ist nicht nur ein neuer Körper, sondern es wird eine völlig neue Art zu existieren sein. Eine neue Existenz in einem neuen Körper auf einer neuen Welt. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus. Das sind so große Dinge, wir können uns das gar nicht vorstellen mit unserer Fantasie. Aber überleg einmal, der schönste Moment mit Jesus in diesem Leben, die größte Erfahrung mit dem Heiligen Geist in diesem Leben ist nur die Anzahlung von etwas noch viel Größerem, was kommt. Nur der erste Teil. Und ich bin sicher, hier haben viele Leute schon großartige Sachen in diesem Leben mit Jesus erlebt. Vergebung der Schuld. Neues Leben. Veränderung durch Jesus. Heilung. Freisetzung. Alles schon jetzt möglich in Jesus. Aber das, was kommt, wird noch viel, viel größer. Wir sind deshalb manchmal in dieser Spannung, weil wir erleben auch noch nicht alles hier. Wir beten für einen Kranken und er wird gesund. Und dann kommt der nächste Kranke und er wird nicht gesund. Das ist diese Spannung. Wir haben eben bis nur die Anzahlung. Wir beten für einen Menschen, dass er Jesus kennenlernt und er bekehrt sich irgendwann. Und für den nächsten beten wir und sein Herz bleibt hart. Und manchmal leiden wir dann, dass die Dinge noch nicht so sind, wie sie mal sein werden. Wir leiden dann, dass wir auch als Christen manchmal durch Schmerzen und Krankheit und Krisen durchmüssen. Wir leiden dann, dass diese Welt noch nicht erlöst ist und wir noch mittendrin. Ja, auch wir können Sorgen und alles Mögliche erleben in diesem Leben. Und manchmal denkst du, wo ist jetzt meine Anzahlung? Ja, ich merke nicht mehr viel davon. Oder du bist enttäuscht von Menschen oder Gemeinde oder von dem Leben allgemein. Du hast Erwartungen und Träume, dass und das wird passieren, aber es passiert nicht. Manchmal hast du eine schlimme Situation und du denkst, es wird besser und es wird noch schlimmer. Obwohl wir so viele schöne Sachen in diesem Leben mit Jesus erleben können, gibt es auch immer diese andere Seite. Aber auch dann hilft der Blick auf den kommenden Jesus. Weil du weißt, dann wird das alles aufhören. dann wird alles neu. Und das nennen wir Hoffnung. Manchmal kommen wir an unsere Grenzen hier, aber dann schauen wir auf die andere Seite, dass Jesus wiederkommt und dann kriegen wir Hoffnung. Und die Hoffnung führt dann wieder dazu, dass ich diese Anzahlung wieder neu sehen möchte und wertschätzen möchte und einsetzen möchte. dass ich nicht verzweifle, sondern dass ich sage, okay, ich habe schon etwas und das möchte ich einsetzen. Aber es ist eben auch nicht alles. Sondern das Beste kommt noch. Amen. Und da ist diese Balance so wichtig, zu sehen, Jesus ist da, jetzt neues Leben, jetzt Heiliger Geist, aber auch zu sehen, das ist nur der erste Teil. Es kommt noch viel, viel größer. Ja, es kann nicht sein, dass die Vorfreude die schönste Freude ist. Es ist mehr so, dass die Vorfreude schön ist, aber die schönste Freude kommt noch. Aber die Vorfreude ist nicht zu unterschätzen, sie hilft uns nämlich hier und jetzt. die Segnungen, die jetzt schon hier sind, voll zu ergreifen, zu genießen und weiterzugeben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Wenn die Lichter brennen, denkt daran, dass wir in Jesus ein Licht sind. wenn wir Geschenke kaufen gehen, lassen Sie uns daran denken, wir haben ein Riesengeschenk schon bekommen. Amen. Wenn wir uns freuen auf Weihnachten, lassen Sie uns daran denken, es ist die Freude Jesu, die uns jetzt schon gegeben ist. Und wenn wir aus irgendwelchen Gründen noch unzufrieden sind, dann lasst uns daran denken, das Beste kommt noch. Für jeden von uns, der an Jesus Christus glaubt. Amen. Okay. Bete ich noch? Ja. Gott. Jesus, wir danken dir. Du bist Gottes größtes Geschenk an diese Welt. In dir ist aller geistlicher Segen. Wir haben jetzt schon Anteil darin bekommen. Wir sind versiegelt worden. Wir sind dein Eigentum. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Der uns jetzt hilft, Gottes Willen zu tun. Der uns jetzt hilft, und wir wissen, weil wir wissen, das ist nur der Anfang. Was für ein großer Tag wird es sein, wenn du wiederkommst. Wenn alle Dinge neu werden. Danke, dass du mit uns angefangen hast. Das ist deine Gnade. Und wir beten, Herr, komm bald. Amen. Amen. Danke schön. Amen. 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 Amen.